Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lager und heute bin ich wieder für euch in Battle for AstroDot unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide zum Pet Battle Dungeon Gnummerigan präsentieren. Und zwar wollen wir heute ein paar Sachen durchbasteln. Erstmal, wie kommen wir da hin, was gibt es als Belohnungen? Und wenn es euch dann noch interessiert, zeige ich euch das komplette Dungeon plus auch die Kämpfe, was für Pets ihr am besten wählt. Das ist aber alternativ, also da könnt ihr auch gerne abschalten, falls ihr euch selber durchprobieren wollt. Aber jetzt am Anfang erstmal, wie ihr hinkommt und dann auch, was es für Belohnungen gibt. Ob es das vielleicht für euch überhaupt interessant ist, dort hinzugehen. So, als allererstes müsst ihr nämlich in eurer Hauptstadt in BFA sowohl als Hortler als auch als Allianzler mal zu eurem Pet Battle Laden gehen. Und ja, den gibt es in jeder von beiden Hauptstädten. Beide sind ein bisschen abgelegen. Und ja, wenn man nicht gerade vorher Pets gekauft hat, hat man nicht unbedingt da mal vorbeigeguckt. So, wir sind jetzt erstmal hier in der Saar Loa und dort sind wir auf den Koordinaten 56, 31. Und dort ist ganz unten der Pet Battle Laden. Wir können jetzt mal gucken, das ist wirklich hier so die unterste Etage, da wo man eigentlich nie vorbeikommt. Ihr seht also, da geht es ganz schön weit hoch. Hier oben ist die Pyramide, also wirklich hier kurz bevor es dann runter in die Pampa geht. Und dort ist der Pet Battle Laden. Hier gibt es auch einen Haufen Pets zu kaufen und so über diese polierten Hauspil-Glücksbringer. Aber das hatte ich ja schon mal wann anders gezeigt gehabt. Wir haben jetzt nämlich hier eine Quest. Und diese Quest sagt, dass wir einmal nach Dunmorrock gehen müssen. Und zwar nach Gnome Regan. Wenn wir die angenommen haben, dann müssten wir einmal eigentlich nach Gnome Regan gehen. Wenn wir das aber einmal auf dem Account schon gemacht haben, dann können wir hier mit dem Inventar sprechen und uns direkt nach Gnome Regan porten. Ihr seht, ich habe hier auch noch andere Portmöglichkeiten. Denn ich habe auf dem Account natürlich auch die beiden ersten abgeschlossen. Einmal die Höhlen des Wehklagens. Ja, da gab es auch schon mal einen Pet Battle Dungeon. Und die Todesmine, das war das zweite. Und die Gnome Regan ist jetzt quasi das dritte Pet Battle Dungeon. In allen Pet Battle Dungeons gab es bestimmte Pets, die man sich nur da spielen konnte. Und ja, tolle Belohnungen. Dementsprechend lohnt es sich vielleicht auch mal, an die Älteren vorbeizuschauen, falls ihr die nicht kanntet. Auf der Allianz kann ich euch das auch kurz zeigen. Und zwar auf der Allianz befinden wir uns auch gerade hier mit meinem Alica im Pet Battle Laden. Und ja, das ist so ein Hundestreichelzoo quasi. Ihr könnt hier alles streicheln, wenn ihr weiblich seid. Und na, hier, dann geht da mal hin. Dann kennt ihr es wahrscheinlich sowieso. Und zwar, wo befindet er sich? Wir sind einmal auf den Koordinaten 50, 46 hier unten. Und da ist der Pet Battle Laden für die Allianz. Und ja, hier müssen wir einmal in die obere Etage gehen. Und zwar, du, 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 dumm. Einmal hier rum. Und wo war er? Ich glaube, von ihm hier habe ich die Quest bekommen. Oder zumindest von einem dieser Typen. Ich meine, von ihm hier habe ich die Quest bekommen. Mit einem Allianzler. Also da müsst ihr einfach gucken, dass ihr einmal hier zum Pet Battle Laden geht. Und dann dementsprechend die Quest annimmt. Und sobald ihr die gemacht habt, könnt ihr euch dementsprechend auch hinporten lassen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo jetzt hier der Elementar war. Ach nee. Oder habe ich von ihr hier die Quest angenommen? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich von ihr hier die Quest angenommen habe. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall von irgendeinem NPC hier in dem Laden drin habe ich die Quest gemacht. Gut, ich würde sagen, wir porten uns jetzt einmal nach Gnumrigan. Und zwar, wie gesagt, das erste Mal müsst ihr laufen. Sobald ihr einmal die Quest gemacht habt, könnt ihr hin. Wenn ihr nämlich die Quest annehmt, dann müsst ihr einmal zu dem Gnum, den ich jetzt euch gleich zeigen werde. Und zwar, eh hier. Hoi, warum habe ich jetzt nochmal eine Quest? Wahrscheinlich, weil ich es mit dem Hordenscher angenommen habe. Die sind immer Battle.net-Account gebunden. Genau. Also, das geben wir einmal ab. Und dann gibt es quasi hier eine Weekly. Die aber erst kommt, wenn ihr einmal die normale Questreihe gemacht habt. Das erste Mal, wenn ihr herkommt, könnt ihr ihn anquatschen. Könnt durch Gnumrigan durch. Und müsst einmal quasi durch das Pet Battle Dungeon, das ich euch jetzt gleich zeigen werde, einmal durch. Könnt aber in dem Pet Battle Dungeon eure Pets heilen. Wenn ihr das geschafft habt, das einmal im Normalmodus quasi abzuschließen, dann könnt ihr hier hingehen, direkt danach die Weekly annehmen und dann quasi im Hard-Mode durchgehen. Was ist der Hard-Mode? Hard-Mode heißt einfach, ihr lauft ganz normal wie im normalen Modus durch, bloß ihr könnt eure Pets nicht heilen. Also ihr müsst mit euren Pets ein bisschen planen. Ihr könnt für den Kampf nicht immer die gleichen Pets nehmen, weil die werden ja irgendwann runtergehittet, beziehungsweise sterben und die Kämpfe sind hier doch ein bisschen knackiger. Also sie werden auch sicher sterben zwischendurch. Und ja, das ist halt ein bisschen härt. Ihr braucht auch ein bisschen größeres Portfolio an Pets, weil ihr halt, wenn ihr nur fünf Pets habt und zwei euch wegsterben, dann wird es halt irgendwann eng, ja. Und ihr werdet wesentlich mehr brauchen. Also das ist hier nichts für Leute, die drei Pets haben, sondern ihr solltet hier wahrscheinlich so 40, 50 aufwärts haben. Oder ihr habt natürlich genau die 10, 20 richtigen. Ja, das kann natürlich auch sein. Gut, was bringt uns das Ganze? Ihr habt es schon gesehen, hier als Belohnung kriegen wir eine bestimmte Marke. Und zwar, wo habe ich es jetzt angenommen? Hier, diese Marke bekommen wir, dieses Battle.net-Account gebunden. Also ihr könnt ihr auch hin und her schicken. Es ist wurscht, mit welchem Char ihr es macht. Ihr könnt das Pet Battle Dungeon aber nur mit einem Char auf dem ganzen Account machen. Also es ist wurscht, mit welchem Char ihr es macht. Ihr könnt es nur mit einem einzigen machen. Und das war bei den anderen Pet Battle Dungeons quasi auch schon genau das Gleiche. Mit dieser Marke können wir folgendes bei ihm kaufen. Und zwar gibt es drei Pets. Wir haben einmal eine Kakerlake, die kostet hier quasi ein Abzeichen. Dann haben wir hier eine Ratte, die kostet zwei. Und dann haben wir noch einen, so einen Köter, der kostet drei. Der sieht auf jeden Fall echt cool aus. Dann haben wir hier noch einen Bauplan für Inji. Ja, der kann dann quasi auch nochmal ein Pet bauen. Und als letztes haben wir quasi einmal so eine Vorratskiste. Da können alle möglichen Pet Extras drin sein in dieser Kiste. Also von Levelsteinen bis zu Steinen, dass man es auf blaue Fertigkeit upgraden kann. Irgendwie diese Rets rollen und das ganze Zeug. Also was halt immer in diesen Containern drin ist. Ich vermute mal, dass da relativ viel drin sein wird. Das werde ich mir vielleicht ganz am Ende kaufen. Und die priorisiere ich halt, weil man die ja erstmal nur hier rausbekommt. So, jetzt gucken wir uns die Pets mal an. Einmal. Okay, anscheinend kann ich mir dadurch nicht gucken. Aber vielleicht, wenn ich den Typen eingib. Halt. Nein, 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 nein. Wir wollen uns die nämlich angucken, weil die sehen nämlich recht cool aus. Mikro... Ah, genau. Hier kann man sie angucken. Also das ist erstmal eine Kakerlake. Das ist auch eine mechanische quasi. Die sieht jetzt, naja, nett. Dann haben wir hier diese mechanische Ratte. Die ist auch nett. Aber cool ist auf jeden Fall dieser Hund. Alaumoköter. Und der sieht halt richtig nice aus. Deswegen kostet der auch am meisten. Den will ich auch ganz gerne haben. Also gut, ich will eh alle haben, weil ich ein Sammler bin. Aber der ist auf jeden Fall schon richtig nice. Man muss aber drei Wochen hintereinander halt dann hier... Oder muss nicht hintereinander, aber drei Wochen zumindest hier reingehen und sich so eine Marke holen. Gut. So, jetzt soweit, was es hier gibt. Jetzt gucken wir einmal rein. Und zwar können wir uns hier bei ihm queuen. Kriegen dann einen Proc und können die Instanz betreten. Und ja, ich bin jetzt hier gleich quasi im Hardmod drin und kann meine Pads nicht heilen. Deswegen sollte man sich so ein bisschen überlegen, was sinnig ist. Ich kann euch jetzt mal eine Seite empfehlen, die ich euch auch reinposten werde, nach der ich jetzt auch meistens gehe. Und zwar haben wir hier www.petguides.com. Und die Seite ist eigentlich relativ kompetent. Die habe ich auch schon in Leechton genutzt. Die werde ich euch auch nochmal verlinken. Dort hat man bestimmte Kombis hier drin. Es ist auch erklärt, wann man was machen muss. Ich werde es jetzt für euch trotzdem nochmal im Video auch durchgehen. Aber hier könnt ihr theoretisch auch gucken und alle möglichen anderen. Gibt es dann auch immer Alternativ-Kombis, die man probieren kann, die dann eigentlich meistens auch ganz gut erklärt sind. Und ich muss sagen, mit dem habe ich es ganz gut geschafft. Ich habe zwar im ersten Round mit meinen eigenen Kombis rumprobiert und es damit auch geschafft. Das hat aber wesentlich länger gedauert. Einfach nur aus eigenem Antrieb, weil ich es auch so schaffen wollte. Aber mit den Pad-Kombis schafft man es ganz gut. Und wir werden jetzt einmal das Ganze durchbasteln. Und zwar spielen wir es gleich nach den Pads, die hier drin sind. Wir haben einmal Knochi. Knochi hier. Das ist das erste Pad, das wir haben. Dann haben wir einmal Ikki. Das ist das zweite Pad, was wir brauchen. Und das dritte Pad ist Seele der Schmiede. Da haben wir es. Und zwar haben wir die Fähigkeiten einmal auf 1, nochmal auf 1 und nochmal auf 1. Hier auf 2, 1 und 1. Dann haben wir sie hier auf 2, 1 und 2. Und dann fangen wir jetzt hier mal an gegen den ersten. Der ist schon nicht ganz so einfach, weil der einfach mal ein Gottesschild hatte. Es heißt nerviger Schild und es ist nerviger Schild. Und es ist quasi eine Bubble, die er hat. So, wir fangen an und drücken am Anfang gleich mal passen, weil wir sind langsamer als er. Und er drückt ihr sein Gottesschild. Tja, machst du nichts. Dann drücken wir nochmal auf passen hier. Weil sein Gottesschild quasi immer noch drauf ist und wir nichts machen können. Als drittes casten wir den Eisstachel, weil jetzt ist sein Gottesschild auch wieder weg. Und wir können ganz bequem quasi auf ihm draufnudeln. Als viertes machen wir dann einmal die klirrende Kälte an. Nach der klirrenden Kälte hauen wir dann hier Kleinhacken drauf. Ihr seht übrigens, er kriegt 50% weniger Schaden. Das ist eigentlich bei allen Mobs hier in der Instanz so. Also die sind quasi alle so Boss-Mobs und bekommen halt weniger Damage. 50% ist schon einiges. So, dann gehen wir quasi her und passen nochmal nach dem Kleinhacken. Nein, er macht eh wieder seine Bubble an. Ja, dann machst du nichts. Danach machen wir einmal klirrende Kälte. Unser Mob stirbt. Das ist aber nicht so wild, weil es ist eh ein Untot und lebt nochmal weiter. So, danach können wir einmal hier noch diesen Eisstachel drauf machen. Und dann stirbt der Knochi sowieso. Und jetzt holen wir Iki rein. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen interessanter. Und zwar hauen wir als allererstes die schwarze Klaue drauf. Da kriegt er nämlich für jeden Angriff extra Damage. Und das ist nämlich das Interessante. Er kriegt nämlich jetzt für diese ganzen Stacks, die wir hier drauf haben, immer extra Damage. Und als nächstes machen wir die Schar drauf. Und zwar bekommt er jetzt extra Damage bei jedem Schar-Tick. Plus er kriegt dann nochmal diesen Debuff. Und jetzt tickt er natürlich schon relativ extrem mit diesen ganzen Debuffs, die ja durch die beiden Effekte nochmal verstärkt werden. Und das ist eigentlich das Ideale, was man machen kann. Und ihr seht, der tickt hier einfach tot daran. Das ist eigentlich so die optimale Taktik. Und damit haben wir auch schon den ersten Gegner bezwungen. Und können hier den Teleport her nach unten nehmen. Und ja, quasi gegen den nächsten kämpfen. Und da haben wir jetzt drei Stück. Wir haben jetzt einmal hier quasi den Permafrost, den lebendigen Permafrost. Dann haben wir den lebendigen Schlick. Und dann haben wir als letztes lebendiger Napalm. Ach nee, lebendiges Napalm. Okay, haben wir hier. Also die drei Viecher laufen hier quasi rum. Jetzt fangen wir halt einfach mal da hinten an, beim lebendigen Napalm, also beim Feuermob. Und zwar kann ich euch auch gleich wieder die Kombi sagen. Wir nehmen Finchen, die Schnecke. Das ist der Mob hier als erstes. Und dann nehmen wir den dunklen, dunkles hier. Phönix, habe ich mit dunkles Fön, hoi, habe ich mich verschrieben. Okay, ich glaube es wird anders. Warte mal, geben wir mal nur Phönix ein. Phönix Küken, dunkles, okay, anscheinend habe ich mir irgendwo vertippt. Dunkles Phönix Küken brauchen wir und dann brauchen wir als, oh shit, jetzt habe ich das. Das muss natürlich als zweites rein. Halt, stopp. Äh, Finchen, die Schnecke. Das Phönix Küken brauchen wir als letztes. Das ist faulige Vogeling. Da haben wir ihn. Gut. Und jetzt brauchen wir hier eins, eins, eins. Man kann sich hier auch mit bestimmten Add-ons Gruppen speichern. Das wäre eigentlich sinnvoll, aber wir spacken die irgendwie rum. Und, ach ja, ich müsste mir das irgendwann mal machen, ja. Hier machen wir dreimal die zwei rein. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, ähm, machen wir als erstes Säureglibber. Das erhöht nämlich immer den Schaden, den der Mob kriegt. 25 Prozent, das ist immer ganz praktisch. Einmal den Säureglibber drauf, dann machen wir einmal das Tauchen. Dann kriegt der jetzt, oh, oh, das hat ihn weggekrittet. Das hat ihn richtig weggekrittet. Okay. Ähm, ja, dann kommt das zweite Pad rein. Jetzt machen wir den Säureglibber. Also, ne, jetzt machen wir erstmal wieder, ja, den Säureglibber und dann Schleimberührung. Wenn bei euch natürlich hier der nicht gewonshottet wird, ne, dann macht der halt so lange Schleimberührung drauf, bis er halt stirbt. Und dann wieder beim neuen Pad den Säureglibber drauf, dass er wieder den Debuff hat, ja. Sonst ändert sich eigentlich nichts für euch. Das war jetzt halt Lack, dass er ihn quasi weggewonnhottet hat, ja. Ja, passiert. Jetzt hauen wir halt einfach so lange hier den, äh, die Schleimberührung durch. Obwohl jetzt einmal noch Säureglibber, dass wir ihn wieder draufstecken und dann können wir nämlich nochmal tauchen machen. Vielleicht kriegen wir das sogar durch. Dann hauen wir ihn mehr runter, als wir jetzt müssten an der Stelle. Dann mal wieder tauchen drauf. Zack. Ja, da haben wir nicht mehr so viel Schaden gemacht. Dann wieder die Schleimberührung. Dann nochmal die Schleimberührung. So, dann kommt schon das letzte Pad rein. Und zwar, ähm, hauen wir jetzt nochmal wieder den Säureglibber drauf. Quasi, dass wir ihn wieder Debuffen. Dann einmal die Schleimberührung. Dann tauchen, aber jetzt werden wir wahrscheinlich eh sterben. Ja, da sind wir tot. Wir haben jetzt aber eh relativ viel runtergehettet. Als nächstes holen wir den dunklen Phönix rein. Und zwar machen wir als erstes Entzünden drauf. Nach dem Entzünden kommt die Feuersbrunst. Das ist jetzt fast schon ein bisschen over the top, ne? Da ist eh fast tot. Also wir hatten jetzt hier schon ziemlich luck mit dem Damage, ja. Das ist, wenn man kritet, dann kommt man hier schon ziemlich gut raus, wie ihr seht. Ähm, selbst wenn ihr nicht kritet, ihr seht, ich habe jetzt nur eineinhalb Pets über. Das ist gar kein Stress. So, dann haben wir den ersten besiegt. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten. Und zwar, da machen wir erstmal den grünen, werden wir hier schon mal sehen. Also, Mapa besiegt. Dann gehen wir erstmal hier zu den lebendigen. Und zwar nehmen wir da den Einsiedlerkrebs. Einsiedlerkrebs. Und zwar müssen wir den richtigen nehmen. Also nicht die Krabbe. Ich habe nämlich das letzte Mal die falsche genommen. Es gibt nämlich eine Einsiedlerkrabbe, einen Einsiedlerkrebs. Dann funktioniert das alles nicht mehr. Sprössling. Warte mal, den Sprössling brauche ich. Herzlicher Sprössling, genau. Das ist der zweite, den wir brauchen. Und dann Lodern, Lodern, der Blummenkrabler. Genau, das ist der dritte, den ich brauche. Okay, und jetzt brauchen wir von den Fähigkeiten hier die erste. Dort die zweite, hier die erste. Dann 1, 2, 2. Und dann hier 1, 1 und die Nummer 2. Und dann fangen wir mal an gegen den hier. Und zwar als allererstes hauen wir hier einmal das Tauchen drauf. Man kann nämlich nicht viel gegen uns machen, wenn wir abgetaucht sind. Als nächstes hauen wir dann einmal die Blasen drauf. Da werden dann nämlich Angriffe quasi abgeblockt, die auf uns wirkt. Dann kommt das Kneifen. Und das ziehen wir jetzt einfach durch. Also was anderes haben wir jetzt eh nicht mehr ready. Einfach nur Kneifen machen. So, und da machen wir das jetzt einfach weiter. Einfach Kneifen. Er schmeißt jetzt uns diesen Kometen drauf, aber so lange sollte das eigentlich gar nicht gehen von dem Kampf her. So, dann hauen wir einfach wieder Tauchen drauf. Und jetzt machen wir einfach so lange mit Kneifen weiter, bis quasi unser Pet am, ja, abkratzen ist. So lange legen wir jetzt eh nicht mehr zu. Wir kriegen jetzt quasi die ganze Zeit den erhöhten Schaden, weil er seine Stampede halt durchkasten kann. Na, na, vielleicht kriegen wir ihn vorher down mit ein wenig Glück. Er hat jetzt halt sein Schaden, er hat jetzt halt sein Schaden drauf und kriegt halt immer ein bisschen weniger Schaden. Ah, ja, nice, da kam noch ein Crit, da geht er down. So, und jetzt haben wir noch das letzte Pet. Wir können jetzt einmal noch die Blase drücken. Wenn hier euer Einsiedlerkrebs schon tot ist, ist es auch kein Problem. Okay, meiner ist auch gestorben, er kriegt halt jetzt 100% mehr. So, jetzt holen wir als nächstes hier unser zweites Pet rein. Und, ähm, zwar machen wir hier als allererstes in der höchsten Brille die Igelsaat drauf. Sobald wir die drauf haben, haben wir Faust des Waldes raus. Er hat jetzt nämlich hier schön den Dot. Faust des Waldes haut einen Haufen Damage raus. Hat gesehen, hat ihn direkt runtergeklopft. Und das dritte Mal haben wir dann einmal die Peitsche drauf. Ich hab doch relativ großes Lack, ja, ne? Das Crit mir die ganze Zeit, also ich mein drittes Pet brauche hier gar nicht. Aber wie gesagt, wenn es bei euch nicht Crit, das ist ja immer auch random. Ihr kommt trotzdem easy hin mit der Kombi. So, hier übrigens heilen, ne? Können wir nicht, das könnt ihr hier noch nicht. Also wir können hier drin nicht heilen. Und jetzt kommt das letzte. Und zwar hauen wir jetzt einmal für den Permafrost, äh, vollgefressener Bluter, ja, den hier hauen wir rein. Dann brauchen wir goldenes, äh, goldenes Drachen. Das hier, goldenes Drachenfalkenjunges, genau. Und als letztes, irgendein Pet ist egal, lassen wir einfach den Lodon Flemling drin. Ja, ist ja, ist ja rauscht jetzt hier. So, und zwar machen wir als allererstes hier die Gifthaut an. Sobald die Gifthaut an ist, hauen wir einmal Kratzen drauf. Also wir hauen hier nicht unter Eingraben drauf, das brauchen wir nämlich gar nicht. Einfach mit dem, mit dem Kratzen. Denn, jedes Mal, wenn wir jetzt einen Angriff kriegen, haut er sich 5% runter. Er hat uns diesen Shit drauf und das sind nämlich ein Haufen Angriffe, ja. Und, ja, das ist eine relativ praktische Sache. Der haut sich quasi hier selber kaputt. Seht ihr das? Hier, der macht, der haut sich mit seinen ganzen Dots, die er uns draufhaut. Haut er sich selbst runter, das ist ganz angenehm. Einfach nochmal drauf. Ja. Und dann kält er sich langsam mit. Deswegen brauchen wir uns auch nicht Eingraben. Das ist dann eher kontraproduktiv. Weil wir ja dann keinen Schaden bekommen durch seine kleinen Effekte. Und er dann natürlich den großen Schaden nicht kriegt. Ihr habt gesehen, jetzt einfach nochmal kratzen, dann verreckt er. Und die in der hinteren Reihe, die sind eh relativ easy umhaubar. So. Jetzt, sobald der down ist, hauen wir wieder hier die Gifthaut uns einmal drauf, dass wir die wieder buffen. Und dann machen wir einfach wieder ganz normal weiter mit dem Kratzen. Also die Orb ist jetzt hier noch drauf. Ihr seht, die ganzen Effekte haben wir auch noch. Er kriegt auch noch Damage. Ideal für uns an der Stelle. Ah, vielleicht kriegen wir ihn sogar auch noch tot getickt. Ah. Ah, scheiße. Ein Tick zu wenig. Schade, schade. Okay. Jetzt killt er uns an der Stelle. Nicht so wild. Wir haben noch zwei komplette Pets über. Jetzt müssen wir aber noch abwarten. Das dauert hier mal ein bisschen lang, bis dann immer die ganzen Effekte ticken. So, wir holen hier unser goldenes Drachenfalkenjungen rein. Und fangen dann einmal an, hier den Flammenwerfer einzusetzen. Da geht er dann auch down mit. Jetzt haut ihr als nächstes dann die Klaue einmal drauf, weil wir haben hier noch den Drachenbuff. Dann können wir einmal den Krallenhieb aktivieren. Und dann können wir einfach ganz normal wieder hier mit der Klaue ihn runterhitten. Damit müssten wir ihn eigentlich auch schon killen. Er ist jetzt quasi untot, überlebt noch. Wird uns jetzt töten, aber mit dem letzten Pad müssen wir nur noch quasi ein bisschen überbrücken. Wir können jetzt hier auch passen. Ist ja vollkommen egal. Er kippt jetzt quasi dann nach der nächsten Runde um. Und ja, damit haben wir gewonnen. Letzte Pad habt ihr gesehen, haben wir nicht gebraucht. War zwar knapp, dass wir es nicht gebraucht haben, aber attacken mussten wir nicht mehr. So, jetzt sind wir in Phase 3. Und in Phase 3 müssen wir jetzt hier gegen diese Maschinen da kämpfen, um quasi die Türen aufzubekommen oder die Tür aufzubekommen, dass wir weiterkommen. Und zwar müssen wir jetzt eine Schneckenarmada reinholen. Wir haben einmal die Rapanaschnecke. Schnecke, hier haben wir sie. Dann haben wir Schimmerschnecke. Das ist die hier. Ihr könnt eigentlich irgendwelche reinhauen, ja. Die Schnecken haben alle den gleichen Angriff. Schlickmuschelschnecke, genau. Die hier. So, und hier habt ihr einfach immer die Eins... Also bei allen drei Viechern immer die Eins an Fähigkeiten. Und das ist jetzt eine, ja, eine relativ monotone Geschichte. Aber der Bosskampf ist auch relativ stark, ne. Wir hauen wieder den Säurekliber, den kennen wir ja von vorhin. Hauen den quasi einmal drauf. Und dann kriegt ihr wieder 25% mehr Schaden. Wir machen einmal Tauchen. Müsste der ganz gut Damage bekommen. Zack, da seht ihr ja. Und jetzt einfach die Schleimbürrung so lange durchhauen. Quasi, ähm, ja. Bis unser Säurekliber ausläuft. Na, jetzt hat er ihn gerade nicht getötet. Das ist doch gammelig. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Säurekliber drauf. Jetzt hoffen wir... Ah, überleben wir das? Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Da tickt der Säurekliber in Tod. Alternativ hättet ihr auch, wenn er mehr Life hat, die Schleimbürrung. Aber es bleibt sich echt gleich so. Der erste ist hops gegangen. Das ist der schwierigste an der Stelle. Und beim anderen fangen wir jetzt wieder ganz genauso an. Wir machen einmal, ähm, hier einen Säurekliber drauf. Ähm, dann machen wir einmal das Tauchen. Ah, ich glaube, ich hätte warten müssen, ne? Oh, shit. Mal schauen, ob wir es so auch kriegen. Eigentlich müssen wir das Tauchen dann machen, wenn das hier einschlägt. Aber vielleicht kriegen wir ihn auch so down. Ich hoffe jetzt einfach mal. Jetzt habe ich es eigentlich verkackt, ja? Aber, ähm, jetzt gucken wir mal. Es sieht ganz gut eigentlich aus. Eigentlich müsste man, äh, ja, quasi... Naja, egal. Das werden wir auch so überleben. So wie viel Life hat er noch? Ach, 200. Jetzt machen wir nochmal einen Säurekliber drauf. Wir werden hier eh nicht mit einem Schlag nämlich killen können. Äh, und dann nochmal hier quasi die Schleimberührung. Aber ihr seht, selbst wo ich es verkackt habe, ist egal. Man hätte quasi den Dings hier skippen können, ja? Aber, ähm, geht auch so aus, ja? Wieder Säurekliber drauf. Der letzte, der macht jetzt nicht sonderlich viel. Und jetzt könnten wir nochmal versuchen, Tauchen durchzubringen. Wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ah, tatsächlich, okay. Tatsächlich. Haben wir das Tauchen nochmal durchgebracht. Ja gut, jetzt nochmal Schleimberührung drauf. Und da geben wir, hops, egal. Wir haben noch ein Pad in der Hinterhand. Er stirbt. Easy, gar kein Stress hier. Obwohl ich es nicht ganz korrekt gespielt habe. So, jetzt sind wir schon relativ weit. Jetzt haben wir hier die Tür nämlich aufgemacht. Sind schon halb durch jetzt an der Stelle. Und jetzt steigen wir nämlich in diesen Bohrer rein. Und mit dem haben wir verschiedene Fähigkeiten. Wir können ein Schild anmachen, weil diese Bomben explodieren und machen uns Schaden. Und wir haben eine Speed-Fähigkeit, ja. Schild wieder an, dass wir nicht kaputt gehen. So, ich werde das lieber mal. So, Schild an, Speed an. Also, wenn das Fahrzeug kaputt geht, ist es auch kein Stress, ja. Man kann hier theoretisch auch manuell durchlaufen. Hier unten seht ihr das Life, was das Fahrzeug hat, ne. Also, das kriegt auch ganz gut Damage. Ich habe es auch schon geschafft, dass ich es kaputt gemacht habe. Man muss bis hier unten kommen. Hier, 30% hat es noch, ja. Von dem her, ja. Man kann ja auch manuell durchlaufen, die Bomben machen aber ganz gut Schaden. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn du denn dann stirbst. Das habe ich keine Ahnung, ja. Also, wahrscheinlich könnte man es schaffen, sich hier über die Bomben... Warte mal, ich kann da mal hinlaufen. Ja, ich muss mal zeigen, was die Damage machen. Man könnte sich wahrscheinlich hier umbringen. Ja, gut, 3.000. Was war das? War das nicht das letzte Mal mehr? Ah, 28.000. Okay, ja, also, seht ihr, kann auch eng werden, ne. Also, wahrscheinlich kann man hier auch irgendwie sterben. Ich weiß halt nicht, was passiert. Wahrscheinlich landet man am Anfang wieder. Gut, nichtsdestotrotz haben wir jetzt erstmal die zwei Viecher, die wir besiegen müssen. So eine Kakerlake und eine Ratte, dass wir hier weiter können. Und dazu holen wir wieder neue Pets rein. Und zwar, Summ... Na, hier, das muss weg. Sumpfbestie, da, die kleine Sumpfbestie, die brauchen wir einmal. Dann brauchen wir Mr. Bigglesworth. Bigglesworth, das ist die nette Katze. Das ist hier von Kelthusat aus Naxramas, das Viech. Und den Holzwurm, hier, riesiger Holzwurm. Und, ähm, ja, da machen wir die Eins, die Zwei und die Zwei. Die Eins, die Zwei und die Zwei. Ne, die Eins, die Zwei und die Eins. Ja, hier, jetzt hätten wir es was falsch gemacht. Dann haben wir die Eins, Eins und nochmal die Eins. Und dann, ach ja, wir wollten bei dem hier. Das ist jetzt quasi für die Kakerlake die Kombi. Und als allererstes hauen wir direkt das Turben raus. Das ist auch effektiv gegen Kleintiere, was das, was die Kakerlake hier ist, ne. Und das wird jetzt halt quasi drei Runden durchgecastet, ne. Also, da müssen wir jetzt erstmal warten. Da müssen wir nichts machen. Macht's automatisch, könnt ihr euch zurücklehnen. So, und ihr seht, die Kakerlake ist schon relativ gut drunter, geht der Match. Dann hauen wir einmal einen Sprung drauf. Der ist nämlich quasi auch, ähm, ja, gut gegen die. Gegen Kleintier. Und nochmal einen Sprung. Zack, da geht's, hops. Dann haben wir die nächste Ratte. Hier machen wir nochmal den Sprung. Er castet hier seinen komischen Komet, der ihm nichts bringt. So, jetzt kommt das Turben wieder zum Zug. Das geht jetzt wieder quasi drei Runden. Ja, die Kakerlaken, die können nichts, ne. Muss man zugeben. Also, das ist wohl eher, eher der leichtere Fight. Also, das kann man wahrscheinlich mit fast jeder Kombi besiegen. Die halbwegs, äh, gut gegen hier, ja, die Kleintiere. So, dann machen wir nochmal einen Sprung. Gut, jetzt haben wir noch hier einen Debuff drauf. Und, ähm, ja, jetzt dann gegen das Hühnchen. Hier ist es so, dass wir jetzt, äh, zerquetschen einsetzen. Dann hauen wir nochmal zerquetschen drauf. So, jetzt kommt wieder Turben an der Stelle. Und da werden wir jetzt sehr wahrscheinlich sterben. Oh, wir haben verfehlt. Okay, oder er hat verfehlt, besser gesagt. Und das Turben geht jetzt wieder drei Runden. Ja, je nachdem, wenn er nicht verfehlt hätte, dann wären wir vielleicht jetzt schon tot, beziehungsweise im Laufe auf jeden Fall der nächsten Fähigkeiten. Vielleicht können wir jetzt sogar mit dem Pad einmal komplett durchziehen. Ihr seht, jetzt geht das Hühnchen down. Turben ist einmal rum. Ähm, jetzt machen wir nochmal einen Sprung drauf. Mal gucken, ob wir das überleben. Ach, er baffst sich noch. Feine Herr. Und nochmal. Ja, nice. Okay, wir haben es mit einem Pad durchgezogen. Ähm, ja. Tja, also, hm, wir hätten noch zwei in der Hinterhand gehabt. Also, ihr seht, das ist gar kein Stress. So, nächste Kombi ist dann einmal die Ratte. Und zwar haben wir einmal Küstenkrabbler. Das ist einmal der hier, der Küstenkrabbler. Dann haben wir blaues Drachenfalkenjungtier. Übrigens, wenn ihr eins von den Pads nicht habt auf der Seite, sind auch viele andere Kombis. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch eigene Kombis rumprobieren. Also, das führen viele Wege zum Erfolg. Vor allem bei denen, bei denen hier am Anfang ist es sehr, sehr einfach noch. Ja, ihr seht also, da kann man gut so gewinnen. Von den Fähigkeiten haben wir ja 1, 1 und 1. Dann 1, 1, 1, 1, 2 und 2. So. Und dann haben wir 1, 2 und 2. Und dann starten wir den Rattenkampf. Und zwar als allererstes hauen wir uns einmal die Blase drauf. Nachdem wir die Blase draufhauen, kommt die Stampede. Blase ist schick, weil da blocken wir zwei Angriffe mit. Da geht einiges ins Leere. So, dann, ähm, sobald die Stampede gleich durch ist, die drei Runden, wie ihr gerade seht, ähm, hauen wir einmal hier Kneifen. Der belebt sich hier einmal wieder. Jetzt könnt ihr einfach die Stampede schon mal anfangen. Oder, ihr könnt theoretisch auch passen. Ich finde die Stampede hier relativ effektiv. Also, die macht ihm jetzt keinen Schaden, aber dann fängst du schon mal an fürs nächste Pad. Und dann haben wir direkt quasi dann den Debuff schon mal drauf. Er castet wieder hier diesen Einschlag, der uns noch 20 Runden killt. Ist uns einfach relativ furcht an der Stelle. Jetzt, äh, blockt er quasi alles. Und jetzt hauen wir, ähm, hier einmal das Kneifen drauf. Er hat jetzt noch den Debuff. Also, ab der Stelle, ähm, macht, ähm, hier Dings keinen Sinn mehr, ne? Also, macht hier quasi, ähm, ja, die Stampede keinen Sinn mehr, weil die komplett in das Panzerschild reinläuft. Wir hauen jetzt einfach nochmal die Blase drauf. Und danach kommt wieder Kneifen. Und das Kneifen, das casten wir jetzt einfach so lang durch, bis wir tot sind. Ähm, eins, zwei Runden, dann sind wir maximal drei, ja? Ja, wenn nicht schon in der nächsten Runde. Und nochmal. Naja, jetzt frecken wir. Okay, dann sind wir down. Und jetzt holen wir quasi unseren Drachen hier rein, den blauen als erstes. Und, ähm, jetzt hauen wir hier die Klaue da drauf. Damit stirbt er. Und es kommt dann quasi das letzte Viech rein. Und, ähm, ja, jetzt muss ich bloß mal gucken, was wir als nächstes machen. Ähm, genau. Den Flammenwerfer hauen wir als nächstes rein. Sobald wir den drauf haben, quasi brennt das Ziel. Und als nächstes hauen wir Feuersbrunst drauf. Das macht dann nochmal ein bisschen extra Schaden, sobald das Ziel quasi brennt. Ja, da kommt der extra Damage noch. Und als letztes können wir hier die Klaue noch drauf hauen. Damit müssten wir ihn dann eh finishen. Zack, da geht er down. Und jetzt müssen wir noch zwei Runden abwarten, bis Untotendings da durch ist. Da können wir jetzt einfach passen. Das ist vollkommen wurscht. Dann geht es ein bisschen zügiger. Danach müssen wir nämlich den Türboss noch umhauen. So, das haben wir auch gewonnen. Jetzt, ähm, müssen wir den Türboss gleich machen. Der kommt jetzt da hinten. Das ist nämlich noch eine fettere Ratte, ja. Also es kommen immer fettere Viecher hier. Und hier brauchen wir dann den Fluckfroschling. Das ist der hier. Dann als nächstes brauchen wir Flüchtiger... 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 Gleiter? Worum heißt der Flüchtiger... Okay, ist ja egal. Auf jeden Fall, den brauchen wir Flüchtiger Gleiter. Und ja, dann ein Random Pet. Wir lassen jetzt einfach hier mal den... Des Drachenfalken-Junges drin. Halt, ich habe die Fähigkeiten nicht gezeigt, ne. Ähm, wir haben hier... Äh, quasi 1, 1, 1. Dort haben wir 1, äh, 1, 2 und die 1. Und beim letzten Viech, wie gesagt, ist es egal. So, wir fangen einmal an mit dem Schwarm. Den casten wir jetzt durch. Der geht wieder drei Runden lang. Sprich, könnt ihr euch zurücklehnen. Hier seht ihr, es ist auch nur ein Pet gegen das wir kämpfen. Das aber relativ viel Life hat. Und natürlich auch wieder ein Debuff. Dass es, ähm, ja, 50% weniger Schaden von uns nimmt. So, dann haben wir einmal durchgecastet. Jetzt kommt die Schlammlawine. Er hat hier schick einen Debuff, dass er mehr Damage kriegt. Zack. Und ihr seht, obwohl er weniger Damage kriegt, äh, haut die schon recht ordentlich rein. So, nach der Schlamm, äh, Lawine machen wir einmal den Schwarm wieder. Den castet er jetzt wieder drei Runden und innerhalb von den drei Runden werden wir sterben, wie ihr seht. Also, ja, beim nächsten Hit werden wir abkratzen dann. Da gehen wir down. So, und jetzt holen wir quasi dann hier unser zweites Pet rein. Und hier casten wir dann einmal kratzen. Wir haben nämlich jetzt noch den Debuff drauf. Jetzt kommt dann die Stampede. Die castet jetzt wieder drei Runden durch. Zwei. Und Nummer drei. Und jetzt hauen wir dann noch einmal das Kratzen drauf. Zack. Und da geht er down. Jetzt müssen wir wieder zwei Runden warten, bis er quasi dann endgültig stirbt. Können wir wieder passen. Vielleicht kommt sogar unser letztes Pet noch, äh, zur Aktion. Ne, kommt es nicht mehr. Wunderbar, ist der auch down. Und, ja, jetzt kommen wir quasi in den Bossraum. Und ihr seht schon, es kommen uns noch mehr Gegner entgegen. Und, ähm, ja, da würde ich sagen, fangen wir jetzt beim nächsten an. Welchen haben wir denn? Wir haben einmal den Wächter. Dann haben wir hier, ähm, den Wächter Robo-Schreite. Und dann haben wir einmal den Wolf. Und wir fangen jetzt mal beim Wolf an, würde ich sagen. So, und zwar verzauberte Fackel brauchen wir einmal. Das ist diese hier. Dann brauchen wir Azur-Blauer-Welbling. Das ist dieser hier. Und dann brauchen wir noch den Loder-Hund. Das ist der letzte. Und, ja, da machen wir die Fähigkeiten 1, 1 und 1. Dann 1, 2, E. Halt, hier. Und dann nochmal die 2. Und dann machen wir hier 1, 1 und die 2. Und, ja, dann würde ich sagen, starten wir durch. Und zwar brauchen wir als allererstes das aufwärmen. Was wir draufhauen. Danach den Feuerbrand. Und dann hauen wir Brand rein, bis der, ja, Wolf quasi am Abnippeln ist. Brand. Oh, jetzt hat uns noch ein De-Buff draufgehauen, dass wir mehr Damage kriegen. So, dann, ja, weiter Brand. Gut, als nächstes, ähm, kommt, haben wir hier quasi das Hühnchen. Hier hauen wir wieder als allererstes aufwärmen rein. Dann Feuer, ah ne, Feuerbrand, shit. Den hätte ich jetzt nicht, jetzt müssen wir den Brand machen, weil den Feuerbrand hatten wir ja noch drauf. Das war jetzt Fail. Eigentlich hättet ihr Brand drücken müssen. Ich hab jetzt verdrückt. Egal. Wir werden's trotzdem schaffen. Ich hoff's zumindest. Komm, einmal Brand kriegen wir vielleicht noch durch. Äh, äh, äh. Eigentlich wär der jetzt wahrscheinlich schon fast tot, ne? Naja, egal. Gut, hier sei's drum. Wir holen quasi unser nächstes Pad drauf. Ich hab's verkackt, ja, an der Stelle. Ähm, so, wir finishen ihn jetzt erstmal hier. Hauen nochmal die Klaue drauf. Jetzt kriegen wir blöderweise halt die Rakete direkt mit, äh, unserem Azur-Welpen drauf. Der anscheinend ausgewichen hat. Okay, ja, ausgerechnet die Gerechtigkeit. Der hat einmal verkackt und einmal ausgewichen. Wunderbar. Ähm, und jetzt quasi wieder Klaue einfach so lang, bis wir finishen, bis wir ihn finishen. Und dann geht's ganz normal mit, äh, mit unserer Kombi weiter, sobald das letzte Pad drin ist. Und zwar, sobald das letzte Pad reinkommt, hauen wir einmal das Eisgrab drauf. Und sobald das Eisgrab immer drauf ist, fängt, ja, fängt man einfach hier mit der Klaue an und ziehen auch wieder mit der Klaue komplett durch, ja. Also wirklich bis zum Ende mit der Klaue durch. Nochmal die Klaue. Dann ist das Eisgrab hier quasi einmal geprockt. Klaue drauf. Ja, so ist er gestunt, ja. Gut, da geht er down und den lodernden Hund haben wir gar nicht unbedingt gebraucht, ne. Seht ihr, das war, war kein Problem. So, dann, ähm, machen wir mit dem Tiger weiter, würde ich sagen. Ähm, was haben wir hier? Ich muss immer die Namen auseinander. Also, wir haben einmal Strider. Ne, das machen wir mit dem Tiger weiter hier. Das ist der hier. Und zwar holen wir dann einmal Schössling von Teldrasil. Das ist der hier. Den holen wir einmal rein. Dann Rot Schieferjunges. Das ist das hier. Und als gutes Letztes holen wir Topaz Schieferjunges. Genau, das ist das hier rein. Und von den Fähigkeiten sind wir bei 2, 2, 1. Dann bei 1, 2, 2. Und bei 1, 2 und 2. Okay, dann können wir einmal loslegen. Als allererstes kasten wir hier Photosynthese. Danach den vergifteten Ast. Dann machen wir weiter mit der Eisenborke. Dann kommt wieder der vergiftete Ast. Dann wieder die Eisenborke. Geht jetzt quasi von der Liste immer hin und her einfach nur. Wieder, ähm, ja, hier der vergiftete Ast. Jetzt müssen wir einmal wieder Photosynthese draufhauen. Wieder einmal nachbuffen. Dann haben wir wieder den vergifteten Ast drauf. Dann wieder einmal die Eisenborke. Dann wieder den vergifteten Ast. Jetzt verfehlt er nämlich mit seinem ganzen Shit auch. Das ist nämlich das Angenehme. Wieder die Eisenborke. Hat der dreiste Typ uns einfach gestunnt, hä? Naja, dann kommt halt jetzt die Eisenborke. Geht das auch down. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder, ähm, hier unsere Photosynthese nachbuffen. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir machen jetzt auf schnellen Sack zu quasi. Hauen hier die Eisenborke drauf. Theoretisch wäre die sichere Variante immer die drei, äh, durchzukasten. Ist jetzt aber nicht so wichtig, weil wir haben eh nur noch ein Pad am Leben. Und jetzt können wir die Heilung uns auch sparen und ihn quasi schnell finishen. Weil, wie gesagt, zwei Pads haben wir noch in der Hinterhand. Und da ist das, ist das einfach kein Stress, ja. So, jetzt holen wir einfach hier einen von den Schieferjungen rein. Ähm, können eigentlich theoretisch jetzt mit Brand durchziehen, ja. Also im Normalfall müsste man, könnte man hier noch sowas basteln, äh, um weniger Schaden zu kriegen. Ist aber hier vollkommen egal, weil, wie gesagt, zwei Pads noch. Dann könnt ihr einfach mit Brand durchziehen, ja. Und dann haben wir nochmal einen Hit, den wir ausführen müssen. Dann haben wir auch schon, schon wieder gewonnen. Weil, ihr seht ja, macht lauter kleine Hits, wenn wir den Steinhaut noch draufkasten würden, würden wir wesentlich weniger Schaden kriegen. Wie gesagt, ist aber hier irrelevant. So, oder, oder. Dann haben wir noch einen einzigen übrig von den Wachen, ja. Und zwar hier die Robo-Schreiter in der Mitte. Und für den brauchen wir den Rubin-Roten-Schössling. Das ist der hier. Dann brauchen wir Smaragd-Schiefer. Schiefer-Junge ist hier, haben wir das. Und Amethyst-Schiefer-Junge ist egal, wir können auch das drin lassen. Wir haben alle die gleichen Fähigkeiten. Es geht hier quasi nur um diese Fähigkeiten-Kombination. Genau, von den Fähigkeiten haben wir hier 2, 1, 1. Und bei diesen Schiefer-Jungen bleibt es immer bei 1, 2, 2. Hier unten natürlich dann auch. Und dann können wir wieder durchstarten. Und zwar läuft es hier ähnlich wie beim anderen auch schon. Wir hauen als allererstes hier einmal die Dornen drauf. Nach den Dornen machen wir einmal die Photosynthese an. Die Dornen müssen immer drauf sein. Danach sollte die Photosynthese auch immer drauf sein. So als Priokombi. Und jetzt hauen wir einfach die Eisenborke durch. Haut er sich nämlich selber auch immer Damage drauf. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt ziehen wir einfach mit der Eisenborke so lange durch, bis unsere Buffs auslaufen. Und dann fangen wir quasi an, wieder nachzubuffen. Sobald die am Auslaufen sind. Da stirbt er dran. So, jetzt fängt der erste Buff dann an auszulaufen. Wir sind aber schneller als der andere. Deswegen können wir jetzt nochmal Eisenborke machen. Danach hauen wir einmal die Dornen wieder drauf. Dann können wir nochmal Photosynthese einmal uns buffen. Dann geht das Spielchen quasi jetzt wieder von vorne los. dass wir jetzt hier mit der Eisenborke komplett durchholzen. Bis wir halt quasi die Buffs wieder refreshen müssen. Oder sterben. Wahrscheinlich wird... Obwohl, die Heilung ist gar nicht so schlecht, die wir eigentlich haben. Also die drei Runden haben wir quasi noch. Oh, da hat er uns ganz schön gekrittet. Naja, ich denke mal, ich muss doch nicht nachbuffen. So wie das aussieht. Aber wir haben ja noch zwei Päts in der Hinterhand. Also ist das kein Stress. So, da haben wir das Letzte. Jetzt müssten wir eigentlich wieder Dornen und Dings nachbuffen. Das mache ich jetzt aber nicht. Sondern wir haben noch Päts in der Hinterhand. Deswegen werden wir jetzt einfach hier durchziehen. Na gut, mit den Dornen hätte sich wahrscheinlich jetzt mehr Schaden gemacht. Ist nicht so wild. Wir hauen jetzt einmal Giftspucken drauf. Dann hauen wir einmal Steinhaut drauf. Und jetzt ziehen wir mit Brand komplett durch. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch mit Brand gleich durchziehen können. Aber ihr seht, jetzt haut er nur noch sechs Schaden an, statt 100 drauf. Das ist halt schon ein gewaltiger Unterschied. Deswegen, also wenn es knapp bei euch ist, macht das so. Bufft die Staun halt nochmal drauf. Wenn es nicht knapp ist, zieht einfach mit Brand durch. Dann ist es wurscht, weil die Päts braucht ihr dann beim nächsten Kampf sowieso nicht mehr. Denn das ist jetzt der vorletzte, den wir umhauen müssen. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch den Endboss. Und der wird ein bisschen tricky. Jetzt haben wir noch ein kleines Story-Event hier. Das müssen wir uns nämlich jetzt erst anhören, bevor wir weiter können. Lass die Finger von dem Roboter, oder ich jage diese ganze Einrichtung in die Luft. Wir haben euch beobachtet, Held. Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben einen Plan. So ausgeklügelt, dass ein solcher Einfallspinsel, wie ihr es seid, nie im Leben darauf kommen könnte. Ich habe gerade alle Sicherheitsprotokolle dieser Einheit deaktiviert und etwas Besonderes entwendet. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe eure armselige Strategie entschlüsselt und kenne jeden eurer nächsten Schritte. Es ist töricht zu glauben, dass ihr jemanden wie mich überlisten könnt. Ich würde euch ja gerne viel Glück wünschen, aber das wäre reinste Verschwendung. Super Teleport, aktivieren! So, habt ihr den Monolog hier auch gehört, mit der Verschwörung hier. Jetzt kommt der Endbosskampf und der ist echt knackig. Ich muss gestehen, mit meiner eigenen Kombi konnte ich den nicht besiegen. Da musste ich wirklich hierauf zurückgreifen. Und hier ist eine wirklich richtig gute Kombi. Und zwar Icky und Clitzetron. Den brauchen wir. Und dann brauchen wir noch ein Pad. Ragnaros, das mehr als 1886 Leben hat oder genauso viel hat. Warte mal. Ne, warte mal. Hatte ich nicht hier den Ragnaros noch mal reingenommen? Ich muss gerade gucken. Ne, dann hatte ich ein anderes reingenommen. Ich meinte, ich hatte den Ragnaros reingenommen. Also wir brauchen jetzt ein Pad, was viel Life hat. Es geht nämlich um eine Einwechselmechanik hier. Und deswegen kommt es hier aufs Life an, denn wir können damit quasi den Move von dem Mob beeinflussen. Ja, also hier habe ich jetzt ein Pad, das hat 1969 Life. Das werde ich jetzt reinhauen. Wichtig ist der Schwellenwert von 1886. Ihr braucht ein Pad, das genauso viel oder mehr Life hat als 1886. Das ist ganz wichtig. Also wir haben Icky drin und Glitzetron und Icky haben wir am Anfang schon verwendet. Es ist ein bisschen beschädigt, ist aber hier nicht relevant. Sage ich gleich schon mal dazu. So, jetzt fangen wir hier den Kampf an. Und zwar hauen wir jetzt als allererstes die Schar drauf. Und er wird jetzt uns gleich switchen. Und er holt jetzt nämlich den Glitzetron rein. Wenn das andere Pad weniger Life als der Glitzetron hat, dann wird er nämlich das andere Pad reinholen. Dann ist die ganze Strategie für den Arsch. Deswegen, es muss der Glitzetron als nächstes rein. Es wird nämlich, glaube ich, immer das Pad reingehauen, das sonst am wenigsten Life hat. Und ja, deswegen muss halt das andere Pad mehr Life haben. Ja, das ist der ganze Hintergrund. So, und jetzt wird es wichtig. Und zwar hauen wir einmal das Feuerschild als nächstes drauf. Und dann hauen wir das Blitzschild drauf. Und wir werden jetzt gleich sehen, was hier passiert. Das sieht jetzt ewig einfach aus. Der haut sich einfach selber tot. Der Kampf ist aber richtig knackig. Ich habe den bestimmt mit zehn verschiedenen Pad-Kombis probiert. Nicht tot gekriegt. Über diese Kombi killt er sich einfach selber. Weil er so viel Schaden kriegt damit, dass er uns einfach hittet. Und jetzt können wir einfach den Flammenwerfer noch machen. Wir haben jetzt halt diese beiden Schilde drauf. Und er kriegt quasi, seht ihr, er kriegt hier von jedem Mini-Hit. Und er macht ewig viele kleine, kriegt jetzt 500 Damage. Einfach über diese Blitzschilde und über den Debuff, den er hat. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon fertig. Und ja, sind einmal mit der Instanz komplett durch. Und jetzt können wir das Ganze abgeben. Hier kriegen wir wieder ein Abzeichen, indem wir quasi mit ihm quatschen. Er portet uns dann wieder einmal vor die Tür. Und dann können wir die Weekly abgeben. Und ja, haben wieder ein Abzeichen mehr. Und wie gesagt, wie bei den anderen Pad-Battle-Dungeons ist das Battle.net-Account weit. Selbst ich mit meinen zwei Accounts kann das Ganze, weil sie auf einem Battle.net sind, nur einmal in der Woche machen. Also ich kann mir auch nicht mehr Coins holen als ihr. Zack, da gehen wir es ab. Und jetzt habe ich zwei Marken. Und ja, nächste Woche kann ich mir dann quasi mal das Dingspad kaufen. Nehme ich mir als erstes kaufen und dann jetzt die nächsten Wochen halt die anderen Sachen. Da muss ich mal gucken, vielleicht kann man die auch im Auktionshaus verticken. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass es geht. Und dann könnte man damit wahrscheinlich relativ viel Gold machen. Also vielleicht auch für die Leute, die jetzt ja nur an Gold interessiert sind. Vielleicht ist das dann auch was. Ja, das war es dann auch mit dem Pad-Battle-Dungeons. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, die Seite poste ich euch unten nochmal als Link rein. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Eutela, bis dann. Ciao.